hallo und herzlich willkommen liebe freunde der on the night hier mit einem etwas anderen projekt ja mit etwas anders ihr seht schon minecraft und dann gleich gemoddet und zwar techit die letzten tage habe ich mich sehr sehr intensiv mit diesem modpack beschäftigt ich habe auch videos gesehen ja und ich bin ein bisschen geflasht davon muss ich ganz ehrlich zugeben und jetzt will ich einfach selbst spielen und ihr seht schon ich habe hier ja paar maps die ich nicht brauche egal wir machen einfach eine neue wir machen eine neue welt machen die jetzt einfach let's play techit und machen cheats sind off bonus chest auch nicht structures auf jeden fall world ja ich habe viel über dieses pack jetzt gesehen und ja ich bin geflasht davon ich habe auch mit ein paar leuten server die nicht ja spiele und letztendlich mich jetzt auch mal darf dazu entschieden ein kleines projekt zu starten selbst weil ich einfach im moment nicht genug von dem zeug kriege ich weiß auch nicht naja wir sind hier auf einem schneeberg gespawnt und ja hier haben wir schon mal steinkohle überall ich habe mir erst mal darüber weil da ist ein bisschen holz ja ich habe mir erst mal im moment so ein kleines overlay überlegt also sprich den rahmen den ihr momentan habt ihr seht schon ich habe hier ein skin in form von scroll aus final fantasy 8 und wir müssen natürlich auf recipe vote gehen damit wir nur rezepte sehen so wie das modpack es dann vorsieht dass man die neuen sachen auch sieht das modpack ähm 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 können uns gleich mal ein bisschen wood machen da war schon mal unsere unsere crafting table ähm so gleich ein paar sticks dort bevor es richtig los geht brauchen wir noch ein stück holz damit ich mir eine axt machen kann so das war eins zu viel so ähm dann brauchen wir noch eine spitzhack so denn es ist unter anderem in diesem modpack der timber ward drinne wer den nicht kennt ähm das ist einfach so ich brauche jetzt mit der axt nur ein holzstück abzuschlagen und der ganze baum wird abgebaut so das erleichtert schon mal das holz sammeln so wir können hier schon mal einen neuen baum pflanzen das machen wir mit dem hier dann auch dauert natürlich ein bisschen mit der holz axt ich hoffe dass die tiere da hinten bleiben denn äh ja die werden relativ lustig äh relativ lustig ja die werden wir ähm gebrauchen können um uns was zu essen zu machen nehmen wir den großen hier noch dann haben wir noch eine ordentliche ladung holz für den anfang und dann reicht er dann erstmal wieder und ja bis wir ein bisschen was von den modpacks sehen müssen wir eigentlich erstmal ein bisschen äh standard gedöns machen hier in minecraft äh das wäre dann unter anderem ja einfach einen Unterschlupf bauen ein bisschen minen dass wir unsere ersten Erze bekommen und dann ja lernen wir langsam die mods dann kennen und da gibt es ein paar richtig coole sachen ich kenne längst noch nicht alles ich muss noch viel entdecken ich habe auch vieles nur gezeigt bekommen wo ich selbst noch nicht ausprobiert habe äh so ich pflanze hier einfach nochmal ein paar bäume ich denke ich werde so hier in der Gegend dann einfach erstmal bleiben ohne groß weg zu gehen ähm jetzt einfach mal noch ein paar planks machen so am besten ein stack aus der hälfte so machen wir mal ein paar sticks dass wir die auch haben dann nehme ich die box mal wieder mit die tiere lasse ich jetzt mal noch in ruhe und dann würde ich sagen obwohl ne eigentlich kann man die tiere mitnehmen so eine berglandschaft ist gar nicht mal so schlecht aber ich kann gleich mal was nachschauen und zwar will ich als erstes eine äh relativ bald sogar eine mining turtle bauen da braucht man ne ok da braucht man eine diamantspitzhacke und ne turtle und die turtle macht man mit reisen mit einem computer und einer chest ähm mit der computer also brauche ich redstone ok gut also wir müssen ihr seht schon wir müssen erstmal meinen das ist äh das Schwein lassen die überhaupt was stoppen wenn ich die so töte ja bief her damit ich töte dich mit fleisch komm her du eine kugel ein Stück leder ich habe das leder aus hier raus geschlagen mit meinen Fäusten das äh ja oh da liegt noch ein Stück fleisch so falls mir jetzt irgendwelche vegetarier oder tierseelsorger oder sonst was zuschauen dann möchte ich mich natürlich in aller form dafür entschuldigen was ich gerade getan habe aber es gibt viele dinge in minecraft die man in minecraft hin nimmt die man in der realen welt nicht hinnehmen würde oh ja hier sieht es mal so ein bisschen cave mäßig aus ich gehe aber nochmal dahinter zu den bergen um ehrlich zu sein und hier haben wir noch ein Schweinchen das lasse ich jetzt wirklich mal in Ruhe denn da hinten in den Bergen da war eigentlich ganz easy Kohle zu sehen und ähm am Anfang wenn wir die Kohle noch brauchen geht er dann äh nicht mehr wenn ihr äh Vorschläge habt äh bezüglich meines Layouts im Stream sage ich schon hier in dem ähm ähm Videos wie gesagt äh das ganze Rahmen drumherum das brauche ich nicht das will ich nicht es stört beim gucken weil ich dann im Vollbild bin und neben immer so ein Standbild habe quasi dann dann haut es einfach mal raus und äh ja ansonsten habe ich nicht vor irgendwas zu schneiden äh Aktionen mäßig also wenn ich jetzt sage ich baue jetzt halt also ich bin der Folge nur in der Mine drin äh ich bin eigentlich so eher der Typ der zeigt dann alles und ähm sagt er mal okay da war jetzt wirklich ein bisschen wenig zu sehen allgemein dann äh haue ich vielleicht auch mal zwei Videos raus sofern ich sie habe ich mache das hier eigentlich gerade aus Laune heraus weil ich ultra Bock auf dieses Mod Pack habe ähm deswegen äh ja schauen wir mal wie weit wir kommen bis ich sage boah zack geht ne geh mal weg damit ich kann es nicht mehr sehen äh schauen wir mal ich baue hier gerade noch ein bisschen Stein ab damit wir auch von unserem Holz weg kommen relativ schnell weil mit Holz kann man ja eigentlich fast gar nichts anfangen ja also ja ich denke mal dass der ein oder andere sich ja Ticket schon in und auswendig kennt ähm es ist halt ein sehr technik basiertes äh Mod Pack wie der Name eigentlich schon sagt ähm es geht viel darum um bestimmte Vorgänge einfach zu automatisieren um seine ja Produktion letztendlich ja vollkommen zu automatisieren in Form von Maschinen in aller in allen möglichen Varianten so das reicht ja noch erstmal eine Achse machen wir auch dann haben wir eine Palette Steintools mit Ausnahme von der Ho die zähle ich da nicht mit so dass wir noch ein bisschen anders anordnen so ähm ja wie genau das funktioniert und äh ja wie wir das alles machen dass wir dann automatisch gewisse Dinge bekommen das werde ich euch alles zeigen äh und ich hoffe dass wir da einfach ein bisschen Spaß miteinander haben hö 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 ich sollte keine Videos aufnehmen wenn ich mitten in der Nacht bin weil dann kommen lauter so Sachen von mir ja oh man aber das macht sie eigentlich auch ein bisschen aus oder nicht ich weiß nicht ja mal schauen so das war nochmal ein bisschen Kohle sehr schön ich glaube da unten hing sogar noch ein Stück mit den Bergen kann man eigentlich gut was machen und direkt irgendwo in so einen Berg graben ah ja da haben wir schon mal ein Erz was von einem Mod eingefügt würde nämlich Kupfer das können wir mit Steinen abbauen wunderbar so jetzt wird es auch glaube ich schon langsam dunkel wir sollten mal gucken wo wir äh einen Unterschlupf machen Leute guckt euch das mal an hier die diese Landschaft ne ja es wird dunkel das heißt ich sollte mich vielleicht einfach mal in den Berg hier reingraben und da drinnen bleiben ja können wir ja eigentlich machen ich meine äh ja hoppala ist ja nichts verbotenes dran da oder soll mal ja bis ich mich entschieden habe da äh kommt schon der nächste Creeper um die Ecke und sprengt mich in die Luft ne das machen wir ich grab mich jetzt einfach hier rein so das gibt die Tür fertig aus ach zu und wir sind sicher so und dann packe ich jetzt einfach mal hier die Box rein das dauert mich nach zwei dann machen wir hier zwei für den Moment seht ihr jetzt mal kurz nix bis ich mir Licht gemacht habe so geben wir mal ein paar Fackeln so so ähm auf jeden Fall mindestens mal drei hoch wenn nicht sogar vier machen wir vier hoch oder ja machen wir noch ein komm sieht schöner aus dann erstmal so obligatorischen Raum so 0815 mäßig und wie gesagt das erste was wir eigentlich machen ist uns nach unten graben und schnell wie möglich ein paar Erze zusammensuchen und das machen wir auch ganz easy mit unserem Stein und das machen wir auch ganz easy jetzt überlege ich gerade wie wir das machen also wenn wir das so machen eigentlich müsste ich ja nach äh so gerade nach unten gehen also quasi hier runter oder aber das kann ich nicht machen weil dann bräuchte ich Unmengen an Holz für Leitern und das habe ich jetzt nicht deswegen sollte ich äh quasi treppenmäßig nach unten gehen dafür wiederum bräuchte ich äh einen gewissen Platz ich mache jetzt auf jeden Fall meine Tür direkt hier so und dann bräuchte ich direkt eine ne nicht die sondern genau die die Druckplatte die Tür von außen anbringen und hier die Druckplatte hin so genau mhm der Berg ist ja schon relativ breit man kann das ja hier ein bisschen aufstocken mit Erde dann kann man bzw. mit irgendeinem Material was ich dann haben will und dann kann man das ja eigentlich noch erweitern weil wenn ich das hier jetzt aufschaufel dann bin ich eigentlich bei mir im Haus ne ja sozusagen dann könnte man das ja also dann erweitern weil ich denke schon ein bisschen weiter dass man auch quasi in der Richtung noch einen Raum machen kann ähm wenn ich das jetzt mal so als Eingangsraum lasse würde ich sagen holter die Polter machen wir uns nochmal so ein kleineres Räumchen und dann entwickle ich langsam einen Plan in meinem Kopf langsam aber sicher das war unsere erste Steinspitzhacke das war unsere erste Steinspitzhacke die hat sich verabschiedet so war nicht gekannt zu haben und da kommt ein Stück Kohle zum Vorschein dann und noch mehr das ist schon mal sehr schön am Anfang sind wir noch auf diese Kohleadern angewiesen das wird ein Ende haben äh wer in Vanilla Minecraft noch sagt Kohle kann man nie genug haben wir werden früher oder später so viel Kohle haben dass wir darin ersticken werden das verspreche ich euch ähm ja ein bisschen Stein hier noch abkloppen dann nehmen wir hier die Kohle mit und da ist noch mehr also diese Kohleadern die sind ja wirklich unglaublich riesig das glaubt man manchmal gar nicht wie viel Kohle man bekommt das ist abartig so und ich würde sagen wir machen das hier so in einem 3er Paket jetzt dass wir uns da langsam nach unten voran bewegen und wenn ich da Treppen und wenn ich da Treppen wenn ich da Treppen machen will später dann muss ich glaube ich auch noch sogar noch oder noch eingehen ich weiß grad gar nicht ich kann ja schon die ersten Treppen machen mit dem Cobblestone den ich hier hab äh probieren wir es einfach aus so so gehen wir mal Treppen wir probieren das jetzt einfach mal zack 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 ne Platz ist genug Platz das fühlt sich jetzt nicht besonders komisch um da runter zu gehen alles klar alles richtig gemacht gut so das ist halt ich sag mal das Leid äh äh des beginnenden Minecrafts aber das wird sich äh später ändern wenn wir dort unten angekommen sind oder auch nicht vielleicht vielleicht finden wir ja auch einen Cave dort unten mal schauen ähm ja aber wenn ich recht überlege wenn ich jetzt so die Fackel setze ich glaub ich mach da noch einen mehr dann hab ich einfach mehr Platz so so okay das war's sofern erstmal äh der erste Part ist zu Ende die Zeit ist um ja ich hoffe ihr hattet Spaß daran oder werdet Spaß haben hier ähm ja so und ich freue mich darauf euch viele Dinge zeigen zu können sobald wir uns etwas angeeignet haben ich bedanke mich fürs Zusehen freue mich aufs nächste Mal bis dahin macht's gut euer Onion tschau tschau ich so das ist ich habe vor ganzen über